Als Einkommen bezeichnet man umgangssprachlich die Einnahmen einer natürlichen Person oder eines Privathaushalts. Diese Einnahmen werden meist in Geld beziffert. Das Einkommen kann für Konsum und zum Sparen eingesetzt werden. Umgangssprachlich spricht man auch vom Verdienst beim Erlös für eine Nebentätigkeit von einem Zuverdienst oder Zubrot. In der Volkswirtschaftslehre stellt das Einkommen sowohl in der Mikro- als auch in der Makroökonomie eine zentrale Größe zur Messung der Ökonomischen Wohlfahrt da Steuerlicher Einkommensbegriff Das Einkommenssteuerrecht in Deutschland unterscheidet zwischen Einnahmen, Einkünften, Einkommen und zu versteuerndem Einkommen. Einnahmen sind bei Arbeitnehmern das Bruttoarbeitsentgelt, bei Selbstständigen die Erlöse. Einkünfte ergeben sich, wenn die notwendigen Kosten von den Einnahmen abgezogen werden. Einkommen ergibt sich nach Abzug von Freibeträgen wie Sonderausgaben, Vorsorgeaufwand und außergewöhnlichen Belastungen. Zu versteuerndes Einkommen heißt die Bemessungsgrundlage für den Einkommensteuertarif und ist meist wertmäßig mit dem Einkommen gleich. Außer beim Abzug von Kinderfreibeträgen Einkommensverteilung. Die Einkommensverteilung untersucht die Verteilung der Einkommen in verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen. In allen OECD-Ländern sind die Einkommen ungleich verteilt. Man spricht auch von Einkommensschere, um die Differenz zwischen den niedrigen und den hohen Einkommen in einer Gesellschaft zu versinnbildlichen. Neben der Einkommensverteilung sind auch die Entwicklung der Einkommen im Zeitablauf für bestimmte Gruppen und die Einkommensdynamik von einzelnen Forschungsgegenstände. Letztere werden oft mit Längsschnittstudien ermittelt. Deutschland laut Mikrozensus leben in Deutschland 5,5% der Bevölkerung trotz einer Erwerbsarbeit unter der Armutsgrenze. Besonders oft betroffen sind an- und umgelernte Arbeiter sowie Selbstständige ohne Mitarbeiter. Siehe dazu auch Working Poor. Das Durchschnittseinkommen aller Arbeitenden betrug in Deutschland im Jahre 2006 etwa 1.503 Euro pro Person und Monat. Manager-Gehälter stiegen gegenüber dem Lohn von durchschnittlichen Angestellten in Deutschland in den letzten Jahrzehnten deutlich. Zwischen 1987 und 2006 mehr als dreimal stärker. 2008 hat laut OECD in Deutschland die Einkommensungleichheit stärker zugenommen als in allen anderen OECD-Staaten. Das verfügbare Einkommen war dabei am größten in der Gruppe der Selbstständigen mit mehr als zehn Mitarbeitern. Am niedrigsten war es bei den Gruppen ungelernte Arbeiter und Landwirte. Die Landwirte hatten ein noch geringeres verfügbares Einkommen als die Ungelernten. Das mittlere Einkommen lag bei 1.252 Euro monatlich. Das Durchschnittseinkommen war mit 2.706 Euro mehr als doppelt so hoch. 2010 lag das Durchschnittsbruttoeinkommen in Deutschland bei monatlich 2.136 Euro. Frauen verdienten im Schnitt 23 Prozent weniger als Männer. Auch der Unterschied zwischen einzelnen Wirtschaftsbereichen war teilweise deutlich. Im Durchschnitt verdiente ein im Gastgewerbe vollzeitbeschäftigter Arbeitnehmer im vierten Quartal 2011 1.972 Euro. Ein vollzeitbeschäftigter Arbeitnehmer in der Informations- und Kommunikationswirtschaft 4.430 Euro. Jeweils vor Abzug von Steuern und Arbeitnehmeranteil der Sozialversicherungsbeiträge. Eine Ende 2011 vorgestellte Studie der OECD bestätigte diesen Trend, die 10 Prozent der Bevölkerung mit den höchsten Einkommen verdienten 2008 demnach circa das Achtfache der untersten 10 Prozent. Darüber hinaus hatte sich der Abstand zwischen den obersten Einkommen und den untersten 10 Prozent der Vollzeiterwerbstätigen etwa zwischen 1995 und 2010 um 20 Prozent vergrößert. In Österreich erzielten 2010 die unselbstständig Erwerbstätigen ein mittleres Nettojahreseinkommen von 18.366 Euro. Der amerikanische Präsident Theodore Roosevelt hielt im August 1910 in Osawatomie im Bundesstaat Kansas vor 30.000 Menschen eine Rede, die in die Geschichtsbücher einging. Er prangerte die große Einkommensungleichheit an und sprach von der Notwendigkeit einer regulierten Wirtschaft und einer starken Regierung. Menschliche Wohlfahrt sei wichtiger als der Profit des Einzelnen. New Nationalism nannte er sein Programm zur Stärkung der Mittelschicht. Der amerikanischen Gesellschaft fehlt die Mitte. Rasant haben sich die Reichen und die Armen im Land auseinanderentwickelt, so rasant, dass das oberste Prozent der Bürger fast ein Viertel aller Einkommen an sich zieht, doppelt so viel wie vor 25 Jahren. Amerika wuchs zuletzt fast nur noch für seine Reichen, die mittleren und unteren Schichten büßten im Schnitt sogar Kaufkraft ein. Präsident Barack Obama hielt im Dezember 2011 ebenfalls in Osawatomie eine programmatische Rede, in der auch er die wirtschaftliche Ungleichheit anprangerte. Die zunehmende Ungleichheit strafe das Versprechen des amerikanischen Traums Lügen, dass es jeder schaffen könne, wenn er nur wolle. Es gehe hier nicht um irgendeine politische Debatte, sondern um die entscheidende Frage unserer Zeit.